Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein smartes Türschloss, welches den Meta-Standard unterstützt. Und so habt ihr unter anderem auch Apple Home Key. Es handelt sich hierbei um das neue Acara U200 Türschloss. Das habe ich mir angeschaut und ich muss sagen, ich bin wirklich extrem zufrieden. Es schließt super schnell die Tür auf und ab. Wir haben Apple Home Key, wir haben einen Fingerabdrucksensor mit Tastenpad und ich bin einfach super zufrieden. Warum? Erfahrt in diesem Video. Los geht's dir mal nach dem Intro. Geliefert wird das Acara U200 in dieser Verpackung. Und ich blende euch jetzt hier an dieser Stelle einfach mal den ganzen Lieferumfang ein. Da ist wirklich einiges dabei. Es finde ich wirklich klasse, dass hier auch für die verschiedensten Türzylinder das Ganze kompatibel ist. Aber hier solltet ihr auf jeden Fall einmal vorher checken, ob eure Tür auch mit dem Schloss kompatibel ist. Das Acara U200 ist kompatibel mit Euro-Profil und ausgewählten Scandi-Zylindern. Der Zylinder muss ausgestattet sein mit der Notfunktion, die das Öffnen von außen mit einem Schlüssel ermöglicht, wenn auch innen ein anderer Schlüssel eingesteckt ist. Der Türzylinder sollte mindestens 3 mm aus der Tür herausragen und der Schlüssel maximal 5 mm dick sein. Der Schlüssel sollte weniger als 39 mm aus dem Zylinder herausragen. Die ganzen Infos dazu findet ihr aber natürlich auch nochmal auf der Acara Webseite. Werft da vorher auf jeden Fall einmal einen Blick drauf. Nun geht's aber auch schon los mit der Installation des Türschlosses. Hierzu müssen wir jetzt die Montageplatte am Türzylinder befestigen und festschrauben. Anschließend am besten einmal überprüfen, ob der Schlüssel sich wie gewohnt drehen lässt. Und danach montiert ihr nun das Türschloss auf der Montageplatte und schraubt es fest. Nun drücken wir einmal die Set-Taste und es erfolgt eine automatische Kalibrierung des Schlosses. Das hat wirklich gut funktioniert. Es gibt im Nachhinein aber auch noch eine manuelle Kalibrierung. Nun als nächstes werden in das Keypad die Batterien eingelegt und an der Außenseite der Tür kann das nun festgeklebt werden. In der Acara Home App können wir nun das Türschloss hinzufügen und hier können wir auch nochmal die Kalibrierung checken, ob alles richtig funktioniert hat. Kleiner Hinweis, da ich eine Tür mit Türfalle benutze, also die Türfalle muss zurückgezogen werden, damit die Tür aufgeht. Das kann man hier auch in der App direkt einstellen. Sollte man auf jeden Fall vorher machen, falls ihr eine solche Tür habt. Bei der Benutzerverwaltung in der App können wir dann auch neue Benutzer hinzufügen mit einem Code für das Keypad und natürlich auch den Fingerabdruck einspeichern. Zu guter Letzt füge ich nun jetzt auch noch das Türschloss in meiner Home App hinzu. Wichtig, wir brauchen hier eine Steuerzentrale. Ich nutze hier das neueste Apple TV. Das sollte man auf jeden Fall bedenken und nun kann man hier die Einrichtung über die Home App durchführen. Hier erhält man dann auch zum Schluss die Home Key Karte fürs Wallet. Das Acara U200 basiert auf dem neuesten Threat-Protokoll und unterstützt Meta, was eine nahtlose Integration in Alexa, Apple Home, Google Home und so weiter ermöglicht. Und durch das energieeffiziente Protokoll bietet es auch eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Monaten. Der Akku kann dann hier auch ganz simpel über USB-C aufgeladen werden. Über Meta habt ihr nun auch die Möglichkeit über die Ferne das Schloss zu entriegeln oder zu verschließen und natürlich auch den aktuellen Status einzusehen. Das Schloss ermöglicht auch das Entsperren per Apple Home Key oder NFC Karte und gerade Apple Home Key ist für mich als Apple Benutzer einfach super, super praktisch. Ich muss einfach das iPhone dagegen halten und nun wird das Schloss je nach aktueller Stellung verriegelt oder entriegelt und das hat super zuverlässig funktioniert und auch super schnell. Apropos super schnell, das Ganze geht auch per Fingerabdruck über das Keypad. Einfach den Finger auf diesen Sensor legen und schon wird das Schloss entsperrt und die Reaktion ist wirklich extrem schnell. Also das dauert 0,5 Sekunden bis hier die Reaktion durchgeführt wird und dann wird das Schloss aufgeschlossen oder halt verschlossen. Auch sehr praktisch, es gibt hier auch einen leise Modus. Da muss man einfach die bestätigen Taste beim Keypad einmal drücken und dann wie gewohnt aufschließen und dann dreht sich das Schloss langsamer und ist somit halt einfach deutlich leiser. Neben dem Sperren per Fingerabdruck geht das Ganze natürlich auch wie angesprochen mit einer NFC Karte, falls ihr sowas habt oder natürlich auch mit dem Keypad. Also einfach einen Code, den ihr halt vorher definiert habt und dann wird auch darüber das Schloss verriegelt oder entriegelt. Auch sehr praktisch, wenn man einfach die Tür verlässt, dann kann man einfach auf den Verriegelungsbutton drücken und die Tür wird abgeschlossen. Ich muss also kein extra Code oder sonst was eingeben. Natürlich kann ich in Apple Home auch bestimmte Automationen durchführen, wie eine automatische Entriegelung oder Verriegelung, wenn ich jetzt nach Hause komme oder das Haus verlasse, habe ich jetzt in meinem Fall allerdings nicht gemacht. Das Tastenfeld kann übrigens mit den angesprochenen AAA-Batterien oder auch über ein Türklingekabel betrieben werden und ist auch wetterfest, sodass es jetzt auch extrem Temperaturen und Witterungen ausgesetzt werden kann. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen sind auch einmal Kennwörter oder auch die verschlüsselte Speicherung von Fingerabdrücken und der Nicht-Stören-Modus. In der App sehen wir dann hier natürlich auch die Benutzerverwaltung, um neue Benutzer anzulegen oder zu löschen. Natürlich kann man die Tür von außen mit einem Schlüssel weiterhin ganz normal aufschließen und von innen, falls man jetzt nicht die Acara-App oder sonst was benutzen möchte, auch einfach manuell verschließen. In der App gibt es auch noch den Modus Hilfsdrehen. Hier reicht eine Umdrehung des Schlosses aus und der weitere Vorgang geschieht dann automatisch. Es wird erkannt, dass das Schloss aufgeschlossen werden soll oder zugeschlossen werden soll. Ich muss sagen, alles in allem hat mir das Acara U200 im Alltag richtig gut gefallen. Zum einen, wie schnell es funktioniert hat und ich hatte nicht einen Aussetzer oder dass irgendwas nicht funktioniert hat oder dass ich jetzt nicht zu Hause reingekommen bin. Das hat mich echt positiv überrascht, wie zuverlässig das einfach funktioniert hat und praktisch finde ich, er hat auch Homekey. Da reicht einfach das Ganze aus, wenn ich das iPhone gegen das Keypad halte oder natürlich auch die Apple Watch und schon wird das Haus aufgeschlossen oder halt abgeschlossen. Also ihr merkt schon, ich bin auf jeden Fall wirklich extrem angetan und ich freue mich schon auf die nächsten Wochen und Monate mit dem Schloss. Wenn ihr weitere Fragen habt, stellt sie gerne unten in die Kommentare und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dann, macht's gut, ciao. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.